ich sitze hier natürlich komplett offen wie ein scheuntor in alle richtung jetzt mich jetzt hier rein in die tanne oben ich sitze im wald drin und probiere von hier aus mal zu sehen ob der da irgendwo noch sitzt links neben mir ist das der an dem wald ist wir werden immer lauter an zeit musik ich sehe dich laufen ich laufe nicht der felix läuft gerade keine ahnung nachgelaufen ist auch nicht ich würde ja sagen wir machen mal kurz qe machen mal kurz qe ok dann mache ich ja ich habe ja ich sitze hinter dir in dem anderen wald siehst mich durch die tanne durch ja von hinten sieht man nicht ganz gut auch mit hut ich sehe euch zum glück beide nicht halte mich mal wissen auch ich gucke jetzt noch mal den panel enten läuft felix wieder ein bisschen zahlen mich geredet auch von oben rein wo seid ihr machen ich habe angst ich laufe ich sitze im anderen wald ganz recht sein im anderen wald ich bin über die wiese schon rüber und und euro sitzt ein bisschen über die in der tanne an der wald kannte oder sind da sitzt noch was er wird haben das wirst du das bin ich wahrscheinlich dass wir ja bei ollie wird das bei mir hier leider nicht raus wenn sie jetzt feuer musste gucken von wo das kommt da oben und auch was an der wald kannte bist du denn ich qe qe wenn ich habe ich habe dich eh nicht mehr im blick felix jetzt da sind tanden davor das kann ich nicht ansehen sehe hier nicht irgendeine tanne sitzen der penner ja da ist schon komplett verzogen da hinten an dem stein ist eine rote flair in welchem wald in dem wald bei mir oder was ne richtung schiffswrack direkt davor ist es noch so ein kleiner wald im riesen stein in der mitte da ist ein rotes licht an da gehen wir hin ja das bestehe ich euch da sitzen ja weil ich mich gerade umgedreht habe und die treffen immer wieder meine munition hast du jetzt noch genug ja aber ich muss mich auch von einem wo seid ihr jetzt euro ist jetzt einfach unten in dem wald euro ist gerade mir vorbeigelaufen ja ich weiß dass wir in die formelle ja das euro nein ich mein felix der kommt hier runter dann gehen wir doch mal gucken dieheit wenn da eine flair macht was ist das wohl lieber nach bärereine aber oben rum was ich jetzt mache ich mache jetzt hier auf uns aufmerksam mein freund so hier ich zeig euch das naja guck mal heute noch mal die andere seite mal das siehst du schon von hier aus felix hinter dir liegt ein chemleit aber und weiß dass das sieht man die melden nicht melden rot ist er von hier jetzt wo ich sitze ja ja und kriegen lieber dann sitzt doch bestimmt hier oben irgendwas drin war da ist ein riesen ja ich sehe das rote chemleit er läuft aber nicht direkt auf dem rote chemleit zu nein du und dein nicht roter roter helm aber mein rucksack ist fast leer und ich laufe echt schnell in den wäldern ist das auch kacke du siehst ja echt nichts wenn ein ambush shop relativ gut getarnt ist ja man hat immer das gefühl man wird nur selber immer gleich erkannt ne ja gut bei mir ist das auch gar nicht so abhängig ja gut weil er leuchtet echt schön kanarienrot feuerwehr ruhrt das kanarienrot keine ahnung wer ist für ein stein meintet ihr dann eigentlich ich will diesen also ja schon dran vorbei hast du ach sind wir einfach dran vorbeigelaufen ja weil wir gehofft haben dass hier vielleicht jemand sitzt weißt du ja wir haben ja gedacht dass jemand das chemleit dahin gehauen hat um anzulocken und dann von hier aus dahin zu schießen das ist ja auch noch einer aber wie schön dass er wenn hier einer mit dem grünen rucksack langlaufen würde dann wüsste ich quasi das ja keine ahnung jetzt gehen wir jetzt hin keine ahnung ja ich würde sagen von oben nach wäre sein weil die oberhalb des waldes jetzt hier irgendwo lang gelaufen ja längst raus mit dir auf dem feldweg jetzt noch ein bisschen links links das andere längst jedoch ist richtig ja mal so nicht ihr sitzt am wald kommt zum feld weg ach da ja der feldweg werde ich jetzt da lang gelaufen werde von oben da muss ja eben bisschen hoch da wird sich auch ich denke mal der ist nach oben gegangen wenn schon sind das ja eigentlich für steine und darum kommt das geld der see kommt man nicht rauf ne ne das sind die eiers rock steine aus australmenien macht doch nicht so was wie toll dass ich auch mal original überhaupt nichts mehr hoch sagt ich wenn jemand ein starter kit hat hat dann kann ich die an zählen reinknallen also von der farbe er gibt mittlerweile wieder energizing rated bin ich noch noch mal eine fresspause machen der verbraucht das ja so schnell ich habe statt 80 dosen habe ich noch zwei der rest wird alles mit zwei treffer hingerichtet vernichtet mit zwei Dann wird es nicht schon fast wieder beim Airfield? Nein, wir laufen Richtung Börre. Nein, da kann unser Sniper die Entfernung nicht mehr einschätzen. Dann kann ich ja mit dem Fernglas auch nicht. Was ist denn das Entfernungsmesser? Muss die Striche zählen. Ja, jetzt ritt ich mir einen Monitor. Ja, das ist eine Zentimeterband, rechne ich das schnell mal um. Den Maßstab ungefähr. Jetzt sind wir gleich wieder beim Dorf. Ja. Nimmst du noch was zu fressen, Felix? Ja. Dann bekommst du meinen Can Open da nicht geschrottet. Ja, meine Asun, aber du kriegst sie ja immer noch auf, ne? Ja. Jetzt sag nicht, jetzt kommt hier ein Zombie. Äh, äh. Geh halt dann krassig aus. Ich hab grad... Ich fress jetzt einfach mal alles auf, was ich hab. Dann kann mir auch keiner mehr was kaputt schießen. Ja. Ja. Ja, eigentlich eine logische Konsequenz. Ja. Oder du spielst das Spiel nicht mehr, dann kann er ja auch auf. Aber weißt du, ich hab noch einen Pristine Midi-Kit. Und es ist genau eine Sache drin, Morphin-Stick. Mhm. So. Ich bin sowas von, äh, energized, ne? Hier sind die anderen Ganonen. Nein, ich fäng doch Storf wieder an. So, alter Weg. Neeein, wir gehen da zu höher. Wir gehen von Wurme und von Perre ran, ey. Kein' Bock nochmal... Irgend so'n Furz, der sich einfach in den Wald legt und stundenlang wartet, bis einer kommt. ich habe schon wieder schuss gehört ja von stadt ja ich denke muss verstanden seid jetzt hier oben bei mir nein wir sind jetzt hier oben noch wir sind jetzt bei der apfelbäume sie blühen so schön in dem haus waren wir bestimmt noch nicht drin warum sollten wir noch hier reingehen waren wir da hinten schon in denen ne in dem waren wir nicht so weit oben waren wir nicht geil da ist doch futter drin dann schabber dir mal was weg da ich nehme auch was nicht wenn ich vor dir da bin wir dürfen sagen nur an roten büschen schnell ja das mein regal hahaha hahaha ha 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 nein da vorne ist so wie ein frosch zombie willst du eine banane haben war das denn gerade hat das euro zu banane ja ollie willst du eine banane nein schlampe job 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 ja gut was ist hier noch cool ist nix schön ich habe mir eine pristine potato warum trinkt man ja jetzt nicht egal doch noch was die kann ich jetzt wieder frisch ja hier draußen sollten das wir sollten das gebäude trotzdem mal räumen ich habe hier mal ein zombie warte mal kommt einer hinter uns auch noch ich versuche zu ziehen aber der meine hat hier ist er hilfe meiner lobe der läuft auch kacke die hitten immer hast du ja er hat mich gehittet wieder die kam aber von unten irgendwo lauf wie das hier oben so schön jetzt sind die auch in diesem einen scharmütze wo wir waren er ist ja roter wald und da vorne wir haben ja mal eine schlacht bis hier oben ausgetragen wir haben die immer weiter nach hinten gedrückt und dann sterbe ich weil ich ein übersehen muss man den habe ich mir auch geholt ja ein kumpel der links daneben stand nicht da muss man einfach auf besteht in keiner regel und das muss mittlerweile raum mittlerweile tut das sterben ja auch gar nicht mehr so weh habe ich das gefühl der raum den man sich genommen hat den gibt man nicht wieder zurück reicht das jetzt mit umrunden ja weil den elektro wenn man so weiter ich kriege immer so flashbacks die sich so wie blitze mein kopf hat sich ja hierher vom gefecht ja da oben lag mal eine leiche da haben wir mal mp5 gewandene ruine ja das erste mal im spiel dass der mp5 gesehen hatte ich hab der mp5 auch ruined schon total glücklich alles im rucksack leer gemacht und dann ruid nein oh hier kann man bärden sammeln ja jetzt haben wir glaube ich wir noch umrundet oh alter felix kann direkt raus gucken